Hier lang oder da lang? Erstmal hier lang. Hallo, herzlich willkommen in unserem neuen Verkaufsobjekt in Olskirchen-Stotzhahn. Was ist das Besondere bei dieser Immobilie? Wir haben hier eine Hauptwohnung mit fünf Zimmern und eine separate Einliegerwohnung mit zwei Zimmern. Das ist ideal, wenn Sie einmal Ihre Schwiegermutter mitbringen wollen, wenn eines Ihrer Kinder eine separate Wohnung möchte oder wenn Sie einfach die Wohnung vermieten wollen und Rendite erzielen wollen. Hier im Erdgeschoss der Hauptwohnung haben wir einmal ein gemütliches Wohn-Esszimmer mit Zugang zu Terrasse und wir haben hier eine offene Küche. Leider kommt die Einbauküche raus, die nimmt der Eigentümer mit. Was wir weiterhin im Erdgeschoss haben, wir haben ein Gäste-WC und das Treppenhaus mit Zugang ins Obergeschoss. Kommen wir jetzt zum Garten. Der Garten wurde von den Eigentümern sehr ansprechend gestaltet. Wir haben hier Höhenunterschiede, die durch Terrassen abgestuft wurden. Wir haben verschiedene Terrassenflächen, wo Sie sich mit Ihrer Familie treffen können. Was ich super finde, einen eigenen Grillplatz und wir haben einen Carport und einen großen Schuppen. Hier im Obergeschoss haben wir ein sehr großes Elternschlafzimmer mit einem ansprechenden hellen Laminatboden. Weiterhin haben wir insgesamt drei Zimmer, die Sie nutzen können als Kinderzimmer, Gästezimmer oder Arbeitszimmer. Was ich auch sehr praktisch finde, wir haben einen Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschluss, trockener Anschluss und genug Stauffläche für Staubsauger, Wischer oder ähnliche Dinge. Eine Besonderheit im Obergeschoss ist das ansprechende Tageslichtbad. Es ist mit einem ansprechenden Bodenbelag ausgestattet. Sie verfügen über eine bodengleiche Dusche. Wandhänge-WC ist selbstverständlich und, was auch sehr positiv ist, Sie haben ein Handtuchheizkörper. Und jetzt gehen wir in die Einlegerwohnung. Folgen Sie mir einfach. Hier befinden wir uns im Wohn- und Essbereich der Einlegerwohnung. Wir haben hier eine kleine Küchenzeile mit dabei. Wir haben hier den Technikraum und, ganz wichtig, Zugang zur eigenen Terrasse. Weiterhin haben wir noch ein Schlafzimmer mit einem ansprechenden Laminatboden. Und wir haben ein Tageslichtbad mit Toilette, Waschtisch und ebenfalls bodengleicher Dusche. Wenn Sie diese Immobilie persönlich mit mir besichtigen wollen, rufen Sie mich einfach an. Weitere Informationen finden Sie immer zuerst auf unserer Webseite bei evd24immobilien.de und auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen. Like und abonnieren Sie mich auf Facebook, YouTube, Instagram. Dann werden Sie über alle Neuigkeiten informiert. Mein Name ist Martin Kausch und ich freue mich auf unsere Besichtigung. Bis dann! Teil ein Teil Ein Teil